Hallo zusammen, Heizoke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Xevocht Tribunal anzunehmen bei Anduin Winn, in Heilsturz, an dieser Stelle. Forquests Waffen, nur für Wiveaugen und Belagerungswaffensabotage. Belagerungsfürstin Xevocht ist getötet, ok. Mal schauen, ob der NPC da ist, beziehungsweise der Gegner. Ja, er ist da, schaut mal. Und Alevia hat sich angeschlossen. Ich bin... ok, das ist cool. Schaut mal, hier ist Xevocht. Was will die Alevia bei uns? Oh, ich bin auf der Jagd. Oh, ich bin auf der Jagd. Das ist kein Elite-Mob. Ausweichen. Wir bekommen jetzt hier so ein Pfeil. Den entwickeln wir extra knapp. Oh, der kann bei euch auch woanders sein, je nachdem, wie ihr euer Interface angestellt habt. Und hier tut einfach ein Moba-Alevia angreifen, oder wie? Hä, ok. Der glaubt sich was. Trefft Anduin in The Nirs Aufstieg. Leute, wir sind gleich daneben. Wir sind in The Nirs Aufstieg. Was kann ich tun? Du hast es abzugeben bei Anduin Winn. Er ruft da um. In Heilsturz, an dieser Stelle. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich hier in der Mitte so einen Abonnier-Knopf ein. Und in den Kommentaren gibt's den Link zu meinem Twitch-Kanal. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.